Der eine hämmert, der andere geht dem Einkauf nach. Der dritte lamentiert, der Linkster sieht es sehr gemacht. Der da drüben hat's geschafft und er checkt die Daten. Mein Kollege lässt die zündende Idee noch auf sich warten. Der Chancentod versiebt, der Gütige vergibt und beide sind in dem, was sie tun, exquisit. Der eine liebt, der andere verdient und beide sind zu Hause in ihrem Gebiet. Wir atmen aus, wir atmen ein, ist die Luft mal raus, muss neue rein, wieder neue rein. Wir sind die Stereotypen, die wir geheimnis hüten. Wir verziehen keine Miene. Schalalalalala Wir sind die Stereotypen, die ihren Plan ausbluten. Wir verziehen keine Miene, alles Routine. Schalalalalala Die eine hat den Blick dafür, die andere häkelt. Die Glückliche sie strahlt, die zarte Miene tickelt. Der Wichtige macht viel Lärm um nichts und lacht über Luft. Der Saubermann mahnt Ordnung an und schwört auf Meister Propastor. Der eine zweifelt, der andere geht voran. Für den einen ist es von Bedeutung, für den anderen profan. Der eine zeigt Begeisterung und schenkt andere damit an. Hier reimt sich gut der Name unseres Trommlers Florian. Wir atmen aus, wir atmen ein. Ist die Luft mal raus, muss neue rein. Wieder neue rein. Wir sind die Stereotypen, die wir geheimnis hüten. Wir verziehen keine Miene. Schalalalalala Wir sind die Stereotypen, die ihren Plan ausbluten. Wir verziehen keine Miene, verdammte Brutine. Schalalalalala Was ist es? Und wo gibt's das im Überfluss? Was ist das? Was auch ich haben muss. Was ist es? Und wo gibt's das im Überfluss? Was ist das? Was auch ich haben muss. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.